Zieht rum. Ab ihn. Oh, Junge. Du bist doch ein, der Dessensegel, Mann. Pusch dich weiter, komm. Ciao, ragazzi. Was geht? Euer Squeebel, Pinken Haar, hier am Start. Und herzlich willkommen zum Reserve Rumble Tournament mit Tag Nummer 1. Ich glaube, das wird wirklich eine ganz, ganz wilde Nummer. Wir haben die Besten der Besten in diesem Turnier. Schaut euch die Highlights an. Kommentiert gerne mit Timestamp, welche Szene ihr am geilsten fandet. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren und lasst mir gerne einen Like da. Viel Spaß mit den Highlights von Tag 1, ragazzi. Raider gespawnt. Granatels, ne, Granate ist raus. Granatels, Alter. Und da hat 1000 schon seinen ersten Kill. Sehr nice. Da kommt der Nächste. Heavy bleeding. Feinden unten im Bunker. Spieler hier dran. Achtung, Blutspritzer. Näh, da rein. Tür ist auch zu. Minus. Schön. Nice. Wie ist denn Head Eyes? Ja. Hinter uns. Kann sein, dass die in derselben Lobby sind. Die sind, ich glaube, die sind in derselben Lobby. Venom, ich glaube, vielleicht hat man gerade Venom gekillt. Und jetzt ist Nliven dran. Gegen die beiden. Näh, geht rein. Noch nicht. Er looted ihn einfach. Während er das Softback gesucht hat. No way. Nass dein Leben nie weg. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das war. No sick. Danke. Nades, du musst die Tür aufmachen. Ich bin die Tonnade. Und meine. Double Kill. Komplettes Team geholt. Hier ist noch einer. Bist du vor der Tür? Ja, ja. Einer wird Pilgrimben. Unten beim Market ist einer. Hat ein bisschen was eingesteckt. Zieh sich zurück. Ich gehe übers Fenster. Schauen unten rechts, was Bartek macht. Schmeiß den 8 rein. Du bist draußen, ne? Ich glaube, die beiden sind schön synchron. Ich glaube, wir sind bei hinten. Da sehen wir Bartek, Großbild. Elo, jetzt andere Seite runter. Illusion. Mit Connector Raum. Du bist nach oben, ja, ne? Free Fight ein bisschen. Mich runter pushen. Einer Minus. Schön gemacht von Bartek. Schönes Zusammenspiel. Sehr schönes Zusammenspiel. Einer oben. Einer von der anderen Seite gekommen. Unten im Keller. Ich reine von links von mir, okay. Beide Minus, beide Minus, beide Minus. Nice. Auf Illusion's Call. Ich habe mich selber genadet. Bist du tot? Und Illusion nadet sich selber, damit die Gegner überhaupt solle schon vor mir. Was soll ich machen? Granatels. Dann deine Namen. Hier ist der Minus. Nice. Hier ist der Minus. Und am Vierten. Und dann noch einer. Da sind immer noch Steps. Bartek, regelt das hier alleine. Habe ich mich erschrocken. Nice Runde, Dicke, GG. Vier Spieler. Aber vier Spieler, das ist absolut wert. Mit Illusion am Start. Minus. Und 1.000 auch stark. Next. Keiner von unseren Ball. Das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Ich bin auch ein Spieler. Ich bin in 1.000 reingelaufen. Abgewartet. Schönes Movement legt er hier an den Tag. Illusion ist schon wieder tot. Nimm noch einen mit. Warte, kommt auf. Warte, träumt auf. Ich kriege ein bisschen was ab. Hat ein Heavy Bleeding, ein Bruch. Ich habe noch Raider. Ich habe noch Raider. Spieler. 1.000. Oh, das ist meine Arme. Ich habe die Arme aufgerissen. Scheiß drauf, ich gehe raus. Händen. Vor da. Händen. Da, 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 da. Oh, der Spray. Was? Aber einen haben sie down. That's all I like it. Woo. Ja, beide Spray zogen. Nice. Und man hat Spon auch da, ouli pa. Ohlala. Raider. Oh, Raider! Nein! Was für ein Versaka hier? Das ist ein Stranger-Pring und schießt. Die geben gut Points. Schwierig. Leider. Tut mir leid. Uh, umläuft ihn. Und läuft ihn nochmal. Müll für den Riker ein. Kass ihn mir halt ein. Und da kam aber noch eine Nades. Vier Teile Black. Da kommt da, da kommt einer. Wartet ab. Nice. Weggeflext. Oh, da sieht man Steps. Oh, mit der AK-103. Hat er einen down. Mutig. Mit dem Panzer. Eine AK im Turnier zu spielen. Absolut Respekt. Mit dem Recoil. Von der neuen Position. Geil. Oh, du bist in drüben. Okay. Da ist ein Mann, der bleibt stehen. Und Hedda ist instant down. Oh, die kämpfen schon gegeneinander. Ghost mischt sich ein. Und holt den einen weg. Da ist noch einer. Und Dumbled Kill. Venom, da sehen wir ihn. Er weiß nicht, von wo die Shots kommen. Er weiß nicht, von wo die Shots kommen. Lädt sich hin. Oh, da kommt die Shots von Zero. Kommt die Shots. Einer ist Minus. Zero hat einen. Kaisimir läuft unten. Kaisimir flankt. Gleich an der Mauer. An der Mauer ist einer tot. Hier sind zwei Tote sogar. Zwei Tote. Bist du zur Haus? Da war es bei mir oben, eine. Zwei. Zwei. Oh, da springt einer. Einer hat er da. Da ist noch ein Zweitag. Sieht sich erst noch zurück. Bei einem Black. Kurz einmal geguckt. Spottet. Da kommt noch einer von links. Nate fliegt. Da mischt sich noch eine Partei mit ein. Ich habe zwei. Noch eine Band. Nice. Wenn ihr Bock habt, geht gerne rüber. Lasst einen Follow da. Brownstabs. Einen habe ich. Enliven, einen Minus. Hat den Schrei gehört. Oh, wir wechseln. Oh, gegen Illusion. Illusion hat Venom geholt. Und Enliven Bartek. Jetzt das Duell. Und damit es richtig geil wird, noch ein schön mit Alarm im Hintergrund. Wechseln auf Enliven wieder. Immer noch gegen Illusion hier. Und Enliven down. So stark. Zu Kasimi und Zero. Glaub ich, hier unten was? Haben sich auch aufgeteilt. Ja, hat einer die Tür zugemacht. Hier unten ist was? Das ist ja. Was ist denn da gehört hier? Oh, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt was sieht. Oh, ich bin hart mitgenommen, Alter. Mach die Tür zu, Gegner. Mach die Tür zu. Schafft es nicht. Schafft es nicht. Zero geht rein. Das ist mindestens einer da unten. Der muss Hit haben, Alter. Das gibt es doch nicht. Fake Nate. Das ist ja nicht Umfeld, ey. Unten sind mindestens zwei. 150 Schaden. Das gibt es nur drei Treffer. Das ist doch der Able. Bei Zero geht rein. Double kill, bei Zero. Oh, richtig stark. Doch. Bewegt sich was von den Graschen. Wartet ab. Keine Ahnung, was man hat. Ich gehe stark davon aus, oder? Den hat er down. Den hat er down. Battle soovers auch noch. No way. Aber ich glaube, noch nicht eine Vector gesehen heute. M1A schon ein paar. Standard HK. MP7. Wieder ein schön wilder Mix. Ein Minus. Und Baby Bennett. Gönnt sich die Points. Nein, nein. Das war irgendjemand, ja. Irgendein Spieler. Ich will schießt. Hab ihn. Oh, nice. Was schießt noch? Er sagt nichts. Ach, der ist tot, alter. Ja, hab ich doch gesagt, er ist tot. Ach, du Scheiße. Das ist der an der Wand gewesen. Sicher ist sicher. Der hat auch irgendwas gefassen gehabt. Wollen wir da mal hin zu den Fights, oder was? Ja, warte. Man weiß nie. Wer hat da? Einer von unseren Boys. Ja, die wirft ganz auch noch mit. Mit? Boah, Alter. Ich dachte, ich bin da los. Aber der Blackjack, ne? Deswegen dachte ich, das wäre noch einer. Was? Jawoll! Blackjack, nehm noch einen mit. Schmeiß. Schaut es auf dich? Ne, schaut auf uns. Schau wie das. Noch einer, noch ein dritter. Keiner von wo? Aus dem Turm vielleicht? Von wo? Ja, weiter geht's. Keiner Feinde. Oder sind die beiden das? Inside the building. Are you inside there? Nope. I'm not safe. Lichter hier. Ja, oder Lichter. Blitzergirl jetzt bei Blackjack und quer. Blackjack, vor hier. Blitzergirl jetzt bei Blackjack. Jetzt ist er noch fertig. Nice. Someone else schießen at me. Oh, no. Und der, der gerade auf die beiden geschossen hat, schießt jetzt hier auch auf Blitzergirl. Hat sie beide? Yo, sie hat beide. Man hört keinen Step, man hört gar nix. Ich glaube, ich kann auch gesagt, sie hat beide. Ich bin fast. Ja, recht. Lichter, 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 Lichter. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist auf dem Roof im Markt oder so. Re. Wie. Kuss für die Regie. Holy fuck. Und Minus! Schon der zweite Sniping-Kill von Ghost. Hammerstarke Runde. Da lohnt sich das Scope. Da lohnt sich das Scope. Aber wie? Oh, da schießt schon einer. Zero down, zero down, zero down. Kazumi noch am Kriegen hier. Gerade er ist gespawnt. Haben sich da noch fresh gemacht. Kein Fernscope drauf. Links, stepped. Oh, nicht zulässig, nicht zulässig, nicht zulässig, nicht zulässig. Den hat er down. Vor ihm ist noch was. Zwei. Schade, 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 quasi mir. Wenn er wenigstens einen erwischt. Noch ein. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Bruder. Bruder. Ist keiner mehr unten. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Es ist klar, schade. Es ist klar, schade. Es ist klar, schade. Ich buche, schade, schade. Es wird sicher ein Kick-Kamp. Deux Spieler? Oder sie? Ja, ja. Ein Spieler. Ja, ein Spieler. Ganz clean. Stranger kommt jetzt. Stranger, pink von hinten noch da. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Ich bin hier. Noch einer. Ich bin hier. Reagiert. Achtsuchen kriegt auch Shots ab. Oh, der ist unter der Schule. Halt ein Gang. Oh, der ist ein Fettshot. Oh, an der Schule. Unter der Schule. Es ist unter der Schule. Halt ein Gang. Einen hat Sintora. Alleine. Ja, ja, ja. 995. Hat nicht viel abgekriegt. Double Kill. Nice. Oh. Vor mir. Vor mir. Der Held von mir. Ich muss Bleeding kommen. Ich muss Bleeding kommen. Ich pushe. Und noch ein Double Kill von Inliven. Super stark. Während Venom den anderen Angle hält. Geil. So spielt man Duos, Ragazzi. Ich mach schnell Schuhe an. Ich mach schnell Schuhe an. So spielt man Duos, Ragazzi. Schön engaged. Strom ist schon an, oder? Ja. Die Lampen sind am Glühen. Okay. Dann geh schon mal voraus. Lässt dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Der Typ ist so nervig. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Komm schon. Hau ihn weg. Geht wieder drauf. Zieht rum. Ab ihn. Oh Junge. Du bist so ein Diffensiegel. Knife. Ja. Ja. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Ich bin auf den anderen Seite. Ja, ja, ja. Hast du die Pistole? Nein. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe den anderen. Ich habe den anderen. Ist es noch mehr drin? Ich bin nicht sicher. D Double. Bitter. Shys. behind the button. To me. Hexa gold. He wants pink. He Vaderte holden. He noise. Nice. Ist das n мет? Van and down. Und en. Evan geht direkt rein. Es ist nachpero. Schön ausgewichen. Was für ein Katze-Maus-Spiel. Das ist der Boss. Oh, direkt in den Kopf. Sintoro geht ran. Richtiges A-K-Duell. Sintoro gewinnt die Oberhand. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Muss hier die Eckstellen. Nichts abgekriegt. Tritt vor ihm. Was ein Timing. Und noch ein zweiter. Kann ich gar nicht gucken, wie in Leven hier die Leute holt. Nate. Trifft nicht. Stranger Ping will auch aus dem Fenster. Bleibt auch drin. Oh, ist das spannend. Boah, so ein bisschen was abgekriegt. Was für ein Katze-Maus-Spiel. Na komm, da hast du rennt. Und Stranger Ping gewinnt den Fight. Oh mein Gott, was ein Katze-Maus-Spiel. Stranger Ping setzt sich durch. Aber krass. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Boah. Wittner, MP7-Single-Shot. Freidel richtig flott unterwegs hier. Hat noch mal Bock. Die letzten Minuten sind lange gebrochen. Lang ist nicht mehr. Da vorne liegt Wittner. Shots kommen. Auf der Treppe ist auch noch einer. Geht trotzdem rein. Gipfeuer ein Minus. Platz zwei. Teilen sich. Erase und die Bunker-Boys mit 36 und 37 PMC-Kills. Und Gleichstand mit 478 Punkten. Und auf Platz eins Blitz-Ghost mit 40 PMC-Kills. Und 602 Punkten. Das heißt, wir haben drei Teams, die ins Finale einziehen. Und die Donut-Nascher und Granate ist raus. Bekommen. Eine Wildcard. Für den Wildcard-Tag. Und erhalten nochmal eine Chance, sich fürs Finale zu qualifizieren. G. Gs. An alle.